Das war's für heute. Mapp! Ausmaul! Habt ihr das gesehen? Alter sind wir gut. Altare sind wir gut. Am Altar. Was das wohl ist? Wonach sieht's aus, Ayumi? Ich tippe auf einen neuen Feind. Oh, Überraschung! Hey, es ist ein neuer Feind. Und muss ich da auch wieder hin? Nein, ich will meine Gürtel loswerden. Ein Magwarrior! Äh, Ersch. Nein! Mach dich bereit, denn es ist Zeit, mit der Aufgabe zu beginnen. What? Das erinnert mich an Godzilla. Was? Wie ein neuer... Ich will dich doch gar nicht töten. Was soll denn das? Na, au, 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 au. Ich will da nur noch hinpreschen. Katapadapau! Warte mal. Mach doch nicht so'n Scheiß! Warte mal. Ayumi, sag mir, was du tun gedenkst hier. Das, was du tust, ist nämlich nicht das, was ich tun möchte. Also hinsprechen. Draufhauen. Okay. Sich von dem Typen hauen lassen? Nicht okay. Aua! Ayumi, das geht so'n nicht klappen. Heile dich bitte. Und du musst dich auch ein bisschen schneller, ein bisschen mehr heilen, weil sonst geht das hier alles gar nicht klar. So, bleib du auf der Seite, ich bleib auf der Seite, ja? Komisches Scheißviech. Ist das hier. Ayumi, meinst du anlackt? Was hab ich denn jetzt gemacht? Oh, ich hab voll auf die Fresse gekriegt. Gut gemacht, Ayumi. Das ist ne super Idee. Ah, Gottfreaking. Lass mich in Ruhe, McWarrior. Scheiß. Was, tut dir das überhaupt irgendwas, wenn ich das mache? Nein. Verdammtes Ding. Brenne, jetzt. Was, das macht doch gar nichts. Was soll ich denn hier tun? Sterben. Ayumi, mach nicht so'n Scheiß. Bitte, heil dich einfach. Danke. So, und das ist wieder eins von den Dingern, wo du stundenlang nicht weißt, wie du den Gegner besiegen sollst. Was ein Kack. Also, ich kann seine komischen Teile anwesend. Ich kann hoch sprinten. Ja. Da drauf irgendwas machen. Ja. Das heißt, was mache ich jetzt? Ich versuche einfach nochmal hinzuspringen. Also, wie sieht's an? Dann sprint er auch hin. Ayumi, sprint er jetzt hin. Ayumi, jetzt. Hau ihm doch mal aufs Maul hier. Aber gib ihm ordentlich. Ayumi. Ayumi, wir siehe seinen Scheiß da an und dann gib ihm aufs Maul. Ayumi, lass mich jetzt nicht im Stich. Das dauert mir zu lange, Ayumi. Wir werden sterben, wenn du das weitermachst. Ayumi, wir werden sterben. Ich möchte, dass du das weißt. Wir werden sterben. Ah, Info. Gib mir Info. Dann trafen wir auf einen humanoiden, eingeborenen Stamm. Leider waren sie uns nicht freundlich gesinnt und bewarfen uns mit Speeren, als wir den Fluss überquerten. Schlecht. Sie sahen zwar fast wie Menschen aus, trugen Rüstungen und Waffen. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ah, Torwächter. Die alten Menschen, Kreaturen wurden angebracht. Stärkende Krieger zu prüfen. Sie haben zwei Falle in den Seiten Kopf und treten ihnen mit allen Beinen wild um sich. Wenn ihre Geschütze zerstört werden, drehen die Torwächter durch und versuchen, die Gegner mit ihrem massiven Kopf zu zerschmettern. Warum zur Hölle soll ich denn einfach seine Raketenwerfer zerstören? Wenn er sowieso... Ah! Und wer zur Hölle hat es schon mal geschafft, seinen scheiß Raketenwerfer zu zerstören? Keiner. Ayumi, von da. Voll auf die Fresse. Fahrt. Ayumi! Ich komme mit dieser verkackten Steuerung nicht zurecht. Ayumi, verdammt nochmal. Jetzt heil dich! Halt dein Maul, Ayumi! Kipp dir gleich, ey. Bla, 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 ja, bla! Ayumi, gib ihm dreckig! Aua! Nicey! Ayumi, spring da doch hin, verdammt nochmal! Mach da jetzt nicht so ein Kappes daraus! Ayumi! Die Leute werden bescheuert, wenn sie sich das Video ansehen. Alter Schwede! Ich kann hier gar nichts ausrichten gegen diesen Fotzkopf, ey. Hier, nimm das! Bringt nix, ne? War mir schon irgendwie klar. Ayumi, gib ihm doch jetzt mal endlich aufs Maul hier! Ayumi! Was? Hab ich das jetzt? Ayumi! Gib ihm doch mal jetzt! Meine Fresse! Alter Schwede, jetzt! Hau ihm doch aufs Maul hier! Sag mal, bist du zu den blöden Raketenwerfer zu treffen? Ich hasse Raketenwerfer! Ayumi, heil dich! Heil dich, heil dich, heil dich, heil dich, heil dich! Meine Fresse! Gott im Himmel! Halt einmal jetzt! Und auch noch gleich zwei Raketen. Ich hasse, hasse, hasse Raketenwerfer! Ich hasse sie! Verpiss dich jetzt! Verpiss dich mit deinen verkackten Raketen da! Und diese Steuerung ist sowas von für den Arsch! Nein! Ayumi, spring jetzt! Spring jetzt! Und... Hau ihm den scheiß Raketenwerfer! Fahm einfach vom Kackarm runter! Bist du zu dumm dafür, oder was? Na also! Meine Gefäße! Ayumi, jetzt heil dich! Bist du zu dumm, um zu laufen, oder was? Du bist echt zu dumm für alles! Meine Fresse! Jetzt auf doch doch von weg, Mann! Weißt du was? Leck mich am Arsch, Ellen! Das ist ein Kackspiel! Das ist ein Kackspiel! Das ist das wohl jetzt! Arsch auf den Kacken! Das ist das Kackspiel! Untertitelung des ZDF, 2020